Einfach mal ein paar Fragen. Ich sehe gerade jemanden, der ist mit einer Unterschriftenliste unterwegs. Wie geht denn das, wenn ich jetzt auch unterwegs sein will mit so einer Unterschriftenliste? Wie mache ich denn das? Dann wendest du dich an den Berliner Energietisch und holst dir Materialien und gehst sammeln. Sprichst die Leute an, überzeugt sie von den Zielen und sammelt ganz viele Unterschriften. Was ist denn da jetzt so überzeugend dran? Überzeugend dran ist, dass wir dezentral erneuerbare Energien hier in der Stadt wollen. Berlin ist gerade bei den erneuerbaren Energien unheimlich hinterher und das möchten wir gerne ändern. Wir möchten auch das Stromnetz rekommunalisieren. Das heißt, dass es wieder in die Hände der Berliner und Berlinerinnen kommt. Zurzeit ist es ja noch bei Vattenfall und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, weil der Konzessionsvertrag ausläuft, das zu übernehmen, unsere eigenen Hände zu nehmen. Schönen Dank. Bitte.